Hey Kleines, ich muss dir was sagen. Sie hat echt geblinzelt. Ah doch, einen Pfeiler habe ich noch. Aber ich glaube, damit kriege ich die nicht down. Wir versuchen es einfach mal. Alter, was passiert mit mir? Ach, das war's. Oh, du blut mich. Ja, und? Lass mich. Ich verwandle mich in einen Werwolf. Das ist ganz üblich, dass ich da blute, ja? Also lass mich. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück, bei einer weiteren Folge Ark. Hallo! Wir haben ja in der letzten Folge nicht geschaut, ob der Noah fertig ist, aber der ist fertig, der ist ready. Problem ist halt, seine Stats, die sind halt, ich sag mal, nicht so gut. Also Energie hat er noch nicht so viel, aber bestimmt, ich kann einen Trank geben. Das ist doch gut. Er hat ja Level 1, also okay, jetzt hat er Level 8, ne? Ja, ist halt so. Ach, hier Leute, hier seht ihr nochmal in einer verbesserten Form. Also, so sieht unser Drache jetzt aus. Dann hat sich noch was ergeben. Es ist schon wieder ein Drache geschlüpft, also ein Wifen. Das ist er. Oh, Gary, der ist... Der war vorhin weiß, der ist jetzt noch grüner als grün, als der da. Oh, jetzt wollte ich gerade hier was eingeben, den Chat wollte ich jetzt noch nicht anmachen. Alles klar. So, und es könnte jetzt sein, dass... Gary, noch einer! Jo, printe ihn! Hier ist schwarz! Das ist ein, äh, äh, Lightning! Ja, printe ihn, geil! Ich imprinte ihn, ja? Jo. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich ein Ei. Okay, ähm, wie nenne ich ihn? Ich nenne kurz Blitz, ja? Ja. Nee, ich nenne ihn Harry. Ja, passt doch. Mit so, weißt du, Blitz, so, Stirnhalt... Oh. Ähm, wie hieß das Mädchen? Hermine. Wie? Oder wem meinst du? Hermine? Hermine. Okay. Alles klar. Ja, sorry, Leute, ich hab den Film, also ich hab bis jetzt von Harry Potter nur den ersten Teil zur Hälfte gesehen. Und ja, aber jeder sagt natürlich, äh, das soll ich nachholen. Gary, noch ein Drache ist gleich fertig. Okay, komm mal mit, Hermine. Ich will mir den Kleinen jetzt angucken. Welche, den? Stimmt, die Gary kann ja immer sagen, welche Farbe die Drachen wirklich haben. Kommst du jetzt? Ja. Och, Hermine, komm. So, der Drache hier vorne, der ist grün. Ja, sehr grün. Hermine will nicht. Ähm, äh, stört da irgendwas? Nee, ne? Sie... Gary? Wie siehst du denn aus? Ha, 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 ha. Ach ja, wir haben QTR, haben wir jetzt reingemacht, die Mod, weil die Gary wollte sich natürlich ein bisschen verschönern. Ach, nö. Oh, das schlüpft gleich. Weggenommen. So. Echt jetzt? Komm her, mein Kleiner, ja. Nein, äh, ich wollte ihn doch... So, aber ich hol mal kurz den anderen Drachen hier rüber, ja? Ja. Ja. So, Mr. Green, her, komm. Kann der schon fliegen? Nee, ich glaub nicht. Er kommt in Slow-Motion zu uns, alles klar. Ähm, be... Ey, die Drachen, die sehen geil aus. Ja, versuch mal da das Ding da abzumachen, damit er durchkommt. Nee, warum? Der soll erstmal dahinter bleiben. Der kann, der kann von alleine. Alter Schwede, Mr. Green. Ähm, lange tun wir nicht mehr warten, ja? Wir haben noch was anderes vor, weil wir brauchen für diesen kleinen Racker Milch, für den mittleren Racker Milch und für diesen Racker Milch, Rackerin. Oh, die Feuerdrachen schlüpfen auch gleich. Echt jetzt schlüpfen alle, oder was? Oh, wir müssen hierbleiben. Der schlüpft auch gleich hier. Das ist gleich... Oh. Ja, warte. Soll ich den Zaun mal abbauen hier? Ja. So, meine Kinder. Ihr seid frei. Äh, soll ich alles komplett abreißen, oder jetzt nur das? Nur das eine da, oder? Ich will sie alle hier jetzt rein haben. Nur das eine da, oder? Auch wenn die später zu groß sind. Oh, der Feuerdrache hier schlüpft auch gleich. Verdammt. Ja, ich will die kurz hier rein holen. Ah, ne! Ihr beiden bleibt mal bitte draußen, ja? So, wir gucken uns jetzt kurz mal Hermine an. Hä, war die nicht gerade dunkel? Wie viel Drachenfutter hast du? Die Süße. Wie viel Wife haben wir? Äh, der Mr. Green, der sollte noch ein bisschen drin haben, ja? Äh, wir sollten aber gleich Milch holen. Wir sollten kurz... Einer muss hier bleiben. Die schlüpfen jetzt jeden Moment. Ja, pass auf. Du bleibst kurz hier. Hi. Also soll ich Milch holen, okay? Ähm, wen nehmen wir denn da am besten? Papa, Papa, Aldi! Hm, am besten wäre es ja einen fliegenden. Und, genau, wir konnten das ja letztens nicht zeigen. Da! Wir nehmen den Alpha-Wifern. Also, ich nehme den jetzt. Und ihr seht den Vergleich zu den ganz normalen. Und da ist schon einen großen Unterschied. Also, ihr seht ganz genau, wer der Boss ist. Und, ja, brauche ich dazu schon gar nichts mehr zu sagen, ne? Ihr seht es ja schon. Ähm, ja, Gary, dann sag ich schon mal bis gleich, ja? Los, Papa, die drei Kleinen schlüpfen gleich. Ja, unsere Kleinen brauchen Essen. Was ist das denn? Zwei... Achso, zwei Alos. Oh, Gary, warte. Ich habe hier einen Beacon. Das ist jetzt ein klein bisschen wichtiger, falls da irgendwas Gutes drin ist. Komm her. Verdammt. Äh, ist ja nichts. Egal, nehme ich jetzt mit. Komm, weg damit. Das brauche ich nicht. Okay. Okay. Achso, scheiße. Ich wollte jetzt gerade sagen, da sind jetzt Drachen. Hä, wo sind denn die ganzen Drachen hin? Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, Dodorex. Oh, 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 oh. Oh. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Er wollte nicht auf mich. Hä, wo sind die? So, hier ist auf jeden Fall einer sehr, sehr lila. Sehr, sehr lila. Sehr, sehr lila. Ein, äh, Lightning? Ja. Okay. Gary, ähm. Ah, ich habe einen. Ne, das ist eine Elite. Gary. Oh, und der Feuerdrache ist auch raus. Oh, ist der schön. Der ist weiß. Weißrot. Ja, okay. Das ist schon mal gut. Hallo, kleiner Du bist mir. Wenn Gary sagt, der sieht gut aus. Alter, Gary, auf einem Platz sind fünf bis sechs Broodmothers in dem kleinen Flussbett drin. Heilige Scheiße. Hey, Gary, ich finde keinen Drachen mehr. Oh, oh. Ne, ernsthaft jetzt? Ich spaß jetzt nicht rum oder so. Die sind... Mein Wolfgang hat doch gerade gar keine Grafik. Die ist weg. Ich habe ein, ich habe ein Gesicht. Ich habe ein Gesicht. Ein Weibchen? Denk dran. Es müssen Weibchen sein, ne? Ach. Alles geht. Alles geht. Egal ob Mann oder Frau. So, was bist du da drüben? Ich gehe mal hin zu dem. Falls der Low Level ist, dann werde ich ihn töten. Oh, du wirst meiner sein. Oh, du bist meiner. Ach, guck mal. Sie entscheidet schon. Ja. Female. Ich habe hier einen. Das ist meine. Die heißt Yuki. So, auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Alpha Waifu und so drauf hat. Okay. Schwer zu treffen. Ah, ich habe ihn. Jo, nice. Komm, wie geht es zu euren Geschwistern? Komm. Ach stimmt. Ihr habt ja gar nicht die Farbe von dem gesehen. Oh. Ach so. Oh Gott. Ich habe schon gedacht, so kritisch, kritisch. Aber. Sein Torpur geht übelst schnell wieder nach unten. Oh Gott. So gerade gut. Äh, der Blitzwifern, die sind echt krass. Ich will einen Blitzwifern haben. Ha. Ich habe ihn. Jo, dann los. Äh, ist da jetzt auch Milch drin? Ja klar. No. Ach Mist. Ich weiß nicht, ob ich runter gehen soll. Warum? Was ist da? Äh, das ist eine Spine. Oh, heilige Scheiße. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Das sind hunderte Spinnen gewesen. Oh. Aber wenn ich sage, da waren hunderte, dann waren da ungefähr hunderte. Ja komm, Spinne. Du, du, du. Äh, ich brauche dich jetzt nicht. Alter Schwede. Was waren... Sind die jetzt noch da? So, X drücken. Ach Leute, die Milch können wir vergessen. Oder Gary, soll ich auch 50-50 machen? Du musst da hin. Es geht um die Kleinen. Ja, Problem ist, es geht auch um mich, ja? Egal, die Kleinen. Äh, ich kann den Wi-Fi nicht steuern. Ich muss ihn kurz auf Land absetzen. Ach du Scheiße. Ich hoffe jetzt wirklich, dass der überlebt. So, also einen Blitze hast du ja schon mal. Der Level 5 hier. Dann dahinten ist auch noch ein Blitze, Baby. Okay, jetzt sieht es noch gut aus. Gold Mother, wo bist du? Du kannst ihn, glaube ich, auch einfach abbauen. Was kann ich abbauen? Abfressen. Geht das auch? Und dann ist da unten ein Rucksack. Ja, sag mir das doch vorher. Dann hätt ich ihn jetzt nicht abgebaut. Ähm. Bah, ich versuch's mal. Sie kommt noch nicht, sie kommt noch nicht. Alles gut, alles gut. Oh, keine Aufmer... Oh, Gary, der hat nicht eine Milch. Gary, was war das? Warum hat er keine Milch gehabt? Ich weiß es nicht. Aber der müsste er eigentlich haben. Was ist das denn? Äh, Gary? Ja? Warum gibt's die Zombies noch? Äh, das ist von Scorch, Dingsbums, das ist so. Okay, den töte ich nicht, den will ich noch... Oder müssen wir jetzt... Hä? Warte, da ist noch einer, da ist noch einer. Oder ist das ein Dodo Waifan? Dodo Waifan, oder was ist das? Female Zombie Po... Po... Hat der der Level 220? Oder hab ich jetzt falsch die... So, ich... Ich musste das Futter gerecht aufteilen. Na komm, 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 komm. Es tut mir leid, meine Kleinen. Oh, Mist. Aber ihr kriegt ja noch Geschwisterchen. Oh Mist. Man sieht das so schlecht. So, jetzt aber. Zombie Poison, Level 25, alles klar. Du gehörst mir. Ach. Ich glaub, das dauert zu lange, ey. Wenn wir hier die Milch besorgen. Das dauert viel zu lange. Nein, nein, nein. Oh, was denn das für Geräusche? Oha. Was ist los? Ich glaub, ich sollte mal ein bisschen, äh, die Attacken hoch... Wer baut ihn jetzt ab? Wer baut ihn jetzt ab? Die Morphodons, das ist meins. Mein Essen, mein Futter... Oh oh, da unten ist ne Schlange, da unten ist ne Schlange. Gary! Was ist mit der Milch los? Scheiße. Irgendwo ist da ein Fehler. Ich weiß aber nicht wo. Wo ist mein Drache? Äh. Gary. Mein Drache ist... Hä, warte mal hier. Hilf mir doch mal! Holy shit. Weg, 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 weg. Die Broodmother ist in der Nähe. Weg, weg. Oh, Leute. Wir müssen ganz kurz Milch suchen. Also nicht jeder Drache hat irgendwie Milch. Deswegen, also... Wir sehen uns gleich wieder. Oh. Ich hab da was wunderschönes. Immer noch nichts. Gary, die haben keine Milch mehr. Ich bin grad dabei, selber einzig killen. Leute, hab ich ja Glück. Ich hab da... Ich hab eine wunderschöne... Und wenn ich sage, eine wunderschöne... Jabor-Mutter gefunden. Ich wird von irgendwas getroffen, aber ich weiß nicht was. Ist egal. Hä? Hä? Äh... Gary? Hä? Hä? Du bist bei irgendetwas gestorben? Ja? Mein Drache ist doch da. Guck mal. Oh, ist die hübsch. Ist die... Habe ich irgendwie Betäubungspfeile? Hä? Warum bin ich tot? Hä? Seit wann kann ich mit dem Carbon-Bogen ganz normale Pfeile benutzen? Also... Poisenpfeile. So! Tamen! Tamen! Die greift an! Waste-Buff! No! Ich hab Knochenbruch! Oh, ich wollt grad sagen, ich sterbe! Nee, Jabor-Mutter, du gehörst mir! Oh, yes! Ich verblute! Oh mein Gott! Hoffentlich greift er... Da war ein Raptor, da war ein Raptor! Das ist nicht gut, das ist nicht gut! Wehe, der kommt jetzt hierher! Nee, sieht gut aus! Achso, das ist ein Baby, das ist ein Baby! Ich klammer deinen Zombie-Drachen! Ja, mach einfach, mach einfach, mach irgendwas! Oh, Jabor-Mutter, die ist nicht zu unter... Oh, jetzt hab ich unseren Drachen getroffen! Liegt sie? Nee, sie greift noch an! Alles klar! Oh shit! Gary, hast du eventuell noch einen fetten Pfeil für mich? Nö, leider nicht! Äh, ich hab sonst nicht mehr nichts zum Betäuben! Ah doch, einen Pfeil hab ich noch! Ah, ich glaub, damit krieg ich die nicht down! Wir versuchen's einfach mal! Alter, was passiert mit mir? Ah, das war's! Ach, du schöne Jabor-Mutter! Wie gern hätte ich dich jetzt! Wo ist sie denn? Hallo? Hä? Hallo? Das kann nicht sein! Wo ist sie hin? Liegt sie irgendwo hilflos? Aber ich versteh nicht! Warum haben die keine Milch mehr? Scheiß Mistvieh! Ich glaub, wir sollten eher mal die Männer töten! Ja, es ist... Da ist sie doch noch! Ach, du schönes Geschöpf! Kann man die überhaupt zähmen? Ach, ist die süß! Goldtiffel, ich hab'n! Äh, ich hab' hier noch... Ach, scheiße! Hast du? Ja! Super! Irgendwie? Achso, ich wollt grad sagen, wo kam die Bewegung? Hä, wenn ich jetzt ins Inventar reingehe, kommt so ne ganz komische Bewegung! Ist das jetzt wirklich so? Ja! Komisch! Der macht jetzt, äh... Achso, da kommt das noch weg, weil ich nachladen muss! So, noch mal sehen! Ne! Also war das doch wegen Nachladen! Oh, jawohl, Mutter! Wo bist du? Äh... Merken, 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 merken! Okay, hier bei den Felsen! Alles klar! Die werde ich noch holen! Okay, weiter geht's! Milch muss besorgt werden! Alter Schwede! Er hält ja viel aus! Ha! Ich hab' ihn gleich! Und auch gleich kein Stamina mehr! Ich hab' ihn! Okay! Was ist... Ja! Na, hoffe ich doch mal! Jo! Wie viel ich auch noch habe! Ja, nimm alles mit! Hey, ich hab' hier, äh... Ich hab' hier ein Thorny-Dragon-Trophäe! So, kurz die ganze Milch da rein! Zack, 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 zack! Herr Gary! Jo! Ich hab' die übelst geilsten Handschuhe gefunden! Gary, ich hab' die Handschuhe! Welche? Ja, die von den Waifern! Ich hab' die ganzen Handschuhe! Ah! Ey, richtig geil! Ich komme! So, ich komme, ich komme, ich komme, komme! Nee, du brauchst nicht kommen! Ich komme jetzt zu dir! Wir müssen unsere Kinder füttern! Ist das ein Mountain-Spino? Stimmt! Wo ich gerade überlege, ich hab' seit einer Ewigkeit kein Mountain-Spino mehr gefunden! Ach, dann bist du das? Ja! Alles klar! Ähm... Ich lote mal ganz kurz! Weil... Da könnt' du hundertprozentig... Ach! Du hast bestimmt Betäubungspfeile, ne? Nö! Du hast keine Betäubungspfeile! Nee! Das ist alles das, was ich dir mal das letzte Mal gegeben habe! Okay! Wir sind in Sicherheit! Du hast keine Betäubungspfeile! No! Das ist nicht dein Ernst! Ich hätte die Jabor-Mutter dann geholt! Die sieht echt so schön aus! Gary, kann das sein, dass die Raw... Hä? Ich glaub' die Raw Beacons sind die Mottes raus! Okay! Da sind jetzt in lilanen Dings... ...waren solche schlechten Sachen drin, das glaubst du nicht! Okay, also du sagst, du hast keine Pfeile, ne? Nope! Du hast keinen Poison-Wifern? Nope! A Thunder hast du? Kann ich die... Die kann man dann aber auch bestimmt nicht packen, oder? Ich weiß nicht! Hier unten ist sie! Hab' ich sie? Nee! Doch, doch, doch! Ich hab' sie, ich hab' sie! Jetzt hast du sie gefallen lassen! Ab mir nach Hause! Nee, du hast sie nicht, du hast sie nicht! Warte, ich versuch' sie noch zu packen! Ja, das ist schwer mit... Oh! Hab' ich sie? Ja, ah! Alter Schwede, ist das schwer! Oh ja! So, jetzt aber... Yo! Ich hab' sie! Ab nach Hause! Du konntest ja keine tragen, oder? Nee! Ich glaub', dann geht das bei mir! Aber hier war jetzt irgendwo der Dodo-Wifern! Hier irgendwo? Ja, aber unser letzterer hatte auch Level 1! Den konnte ich ja auch nicht leveln! Hab' ich ja auch, glaub' ich, gesagt! Der war doch kein Level... Doch! Was? Jaha! Nee, der war doch höher! Ich verschwör' mich drauf, war er nicht! Verschwör' mich drauf! Ich verschwör' mich drauf! Nee, aber ich könnte schwören... Dass der Level 1 ist! Hä, komisch! Na, egal! Da ist er hier! Echt? Hä, was ist das denn da? Da war gerade ein Ball voller Drachen! Okay, zwei Drachen sind da eigentlich nur! Ich hoffe, das war kein Y-Fan! Ah, nee! Die heißen ja jetzt The Dragon! Okay! Ach, da ist er ja! Ja, alles klar! Aber lass' uns hauen! Lass' uns hauen! Ja! Gary! Heilige Scheiße! Ich hab' gedacht, das wärst du! Hoi, 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 hoi! Da greift mich einfach so ein Drache an! Weiß! Ja, du weißt, sie liebt mich! Ist die Jetwurm? Oh Gott, sie lebt noch! Das wär' mir egal gewesen, was... Ja, okay, wär' jetzt nicht egal gewesen, aber... Der Drache lebt zum Glück noch, unser Drache! Okay, Dodorex sind wir noch da unten! Gary, ich bin jetzt bei uns im Lager! Ich will jetzt die Milch... Über unser Lager kreist ein Lightning! Nein, hinter unserem Lager, hinter unserem Lager! Da bist du ja auch schon, hä? Du hast dich vor mich teleportiert! Nee, ich war eher da! Du hast dich teleportiert! Glaub mir! So, Gary, warte! Ich leg ihn hier ab! Hab' ich abgelegt? Ja, er fällt! Ist perfekt drin? Ich seh' vor mir gerade gar nichts! Wie, du siehst nichts? Ich seh' nichts! Sie läuft raus! Jetzt baut sich jetzt alles auf! Oh, nicht, dass das gefährlich ist! Greift sie an? Ja, äh... Scheiße, das ist... Was ist das? Was ist was? Was denn? Hast du hier hingekommen? Hä, stimmt! Was ist das? Was ist das? Ach, hier! Ach, komm, eine Tour! Wo denn? Genau, hinter... Ja, Ovi, Raptor! Wo denn? Hier, hinter der Tür! Hinter welcher Tür? Hier! Ah, da! Hier hinter! Ja, geil! Hä, wir... Hä? Wir haben mitten eine Ruine! Haben wir eine Tour? Also, wir haben mitten eine Ruine! Hier in unserem Lager! Wo ist... Wo ist Jabor? Da drüben! Ey, wir müssen sagen... Hab sie! Ja, hier, sperr sie ein! Mach zu aber! Oh Gott, ist der schnell, ey! Ja, deswegen... Flieg rein! Flieg rein! Drück C und dann mach euch zu! Wisst du? Bye, bye! Zu! Zu! Bye, bye! Bye, bye! Wir sehen uns im nächsten Leben! Äh... Eifer Wifern! Eifer Wifern! Da kannst du die Milch rausholen! Ach! Aber was ich euch zeigen wollte! Oder was ich der Gary natürlich zeigen wollte! Siehst du meine Hände? Siehst du meine Hände? Also, eher gesagt, äh... Meine Handschuhe, die ich jetzt habe! Ja, geil! Die seh ich sogar so! Uuuuh! Ja! Ich hab eine Boss-Busik! Komma, 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 komma! Ja, warte, ich komme! Wir haben Zwillinge! Alter, wie der schon aussieht! Und der! Guck hier! Wer ist Zwilling? Die beiden hier! Das sind keine Zwillinge! Du siehst doch grad den Weißen, ne? So sieht der daneben auch aus! Nein, der soll weiß bleiben! Ja, die sind bei mir beide weiß! Ja, dann nehmen wir die irgendwie nach... Ah, der bleibt so? Beide bleiben! Warte, der? Nee, der wird schwarz! Oh, ja, der wird gut aussehen! Okay, der wird schwarz! Alles klar! Der wird schwarz! Hier, der kriegt auch schon Namen! Der heißt Harry! Wie sah er jetzt bei dir aus? Der sah bei mir so ganz normal aus wie ein Lightning! Der andere? Der hier hinten, Harry? Ja, der so dunkel, dunkelblau! Okay, der wird auf jeden Fall lila! Sehr lila! Der ist auch dunkelblau! Der wird sehr lila werden! Der Feuer können wir ausmachen! Wir haben jetzt keine Eier mehr gerade! So, hast du jetzt die Milch verteilt? Ach ja! Alter, wir haben hier dann eine riesen Armee voller Drachen! Jo! Ach du Scheiße! So, ich nehme auch ein bisschen Milch raus? So, da teilen wir natürlich auf! Was hat der Grüne hier? Okay, der braucht auch... Äh, wie viel reichen? Jetzt tut die Gary da schon rein! Alles klar! Ach hier! Ist er nicht schon erwachsen? Nee! Juvenile ist er! Nee, hier! Adoles! Adoles?! Ado... Adosent! Du hast wieder jemanden Yuki genannt? Ja, das ist Yuki! 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 Ich habe mehrere Trophäen hier! Die Yuki ist auf jeden Fall meine! Deine! 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 Was? Das ist dein! Ach, das ist kein Thorny Dragon? Das ist von I4Wi von die Trophäe! Wie es gibt... Lass die mal oben ran ballern! Yeah! Los probieren! Was soll ich die machen? Oben dran mal ran? Ballern! Ach, Ballern! Achso! Warte, du bist so schnell! So schnell bin ich gar nicht! Ich habe Flüge und ich kann auch nicht mehr fliehen! Tja, ich bin jetzt mit Doom unterwegs! No! Weil es ist ein bisschen schneller! Es ist ein bisschen schneller, weil ich mit denen da oben renne! So, komm! Check! Welchen wollen wir wegmachen? Den hier, ne? Ja, den über dem Haus! So, komm mit! Ähm, raus mit dir! Na komm! Raus! Zack! Irgendwas ist hier oben! Okay, ist nur ein Baby! Ach, der ist ja voll klein! Aber sieht gut aus! Sieht gut aus! Sieht aus wie ein Feuer... Feuerdraffen einfach! Ja, wie ein... Äh, Alpha sieht er auf jeden Fall nicht aus, ne? Weil es ist voll klein! Finde ich! Ich wollte mich grad an dich ranhängen! Tja, zu spät! Achso! Wo ist denn die cute her? Hier! Oben! Hier oben! Lalalala! Äh, äh... Ja komm! Zack, 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 zack! Lalalala! Hier! Ach, warte! Wollen wir noch die Jerboa-Mutter ziehen? Ja! Ich komm hier nicht rauf! Ich steck fest! Joey, ich steck wirklich fest! Ich komm nicht mehr weg! Warte, climb down! So, jetzt... Ihr sollt's aber! Jetzt das Problem! Ja, super! Ähm, kannst du mal gucken, ob wir irgendwo noch Pfeile oder sowas haben? Ich guck grad nach! Was können wir denn hier machen? Ja, wir haben noch die Tranquilized... Äh... Darts! Also ganz normale! Tranquilized Darts? Mhm! Ähm, benutzen wir dafür! Oh, hier gibt's ja echt neues Zeug! Äh, was sieht denn gut aus? Sieht Werwolf gut aus? Muss ich ausprobieren! Ah, ne! Warum kann ich grad nicht rennen? Und auch hier! Werwolf! Ist wirklich Werwolf! Ausprobieren, ausprobieren! Ähm... Hast du den? Hast du eine, ähm... Rival? Naja, geht! Was hab ich? Hast du eine Rival? Ja! Ja! Oder willst du Andenaki Pfeile nehmen? Ne, äh... Nimm beides mit! Ich bin schon bei der Jerboa Mutter! Kommst du mit? Hier ist ein Diplo, äh, bei uns in der Base! Alles klar! Einfach so mal gespawnt! Der haut die Boi immer um! Der haut die Boi immer um! Äh... Noah, okay, dich würde ich jetzt gerne ausprobieren, aber geht ja leider nicht! Ich bin da! Ja, ich töte kurz den Diplo und dann, äh, war's das! Noah, ich komm hier nicht weg! Ach Noah, was machst du denn? Ich komm echt nicht mehr weg! Ah doch, jetzt! So, einmal herumlaufen! Ich glaub, Tupac sollte das ziemlich schnell schaffen! No! Der nächste Baum ist weg! Ja, das glaub ich nicht! Alles wegen Diplo! Jetzt sieht's hier wie ein Kala aus! Okay, werf hin! Hier! Und hier! Nice! Ach, die Darts sind aber normale, ne? Ja, aber was würdest du sagen? Mit den Darts lieber drauf oder mit nem Carbon-Bogen? Weil... Schaden machte 114... Okay, ich... Die Darts machen aber mehr, ne? Die Tür kann ich hier nicht mehr öffnen! Doch, hier! Komm rein, komm rein, mach zu! Hi, du süßes Ding! Ich treff's da einmal, ja? Oh, sorry, sorry, sorry! Ach, du bist so süß! Du hast so wunderschöne Farben! Das glaubst du nicht! Die ist voll hübsch! Die ist richtig hübsch! Oh, die ruft... No! Es funzelt! Was ist sie? Was ist sie? Fleisch? Beeren? Gib ihr das Beste vom Besten hin! Ach, wie süß! Du hast... Ach, scheiße! Jetzt haben wir aber keinen Sedativ! Ach, wie hübsch sie ist! Oh, jetzt... Oh, du Blut! Ja, und? Lass mich! Ich verwandle mich in einen Werwolf! Das ist ganz üblich, dass ich da blute, ja? Also, lass mich! Ah, die Werwolfmaske sieht nicht so top aus, ne? Ich seh gut aus! Schau mich an! Sieht aus wie ein Bär! Schau mich an! Ja, ich schau dich an! Ach! Was war das für ein Geräusch? Was denn? Ach, du Scheiße! Guck mal, wie feilig ich aussehe! Sieht ja richtig schön aus! Sieht aus wie ein Bär! Nee, guck mal an! Ich hab zwei verschiedene Farben! Ach so, ja! Ich bin grad nackig, ne? Wie? Komplett? Nee, ich muss meine Klamatten anziehen, damit du mich siehst! Ach so! Das meinst du! Hast du noch kurz irgendwas Futter für sie? Nee! Echt nicht? Ich hab das alles grad hier eingesammelt! Okay, Leute! Wir warten mal ganz kurz, bis sie fertig ist! Das dauert ja nicht so lang! Wir haben doch Dings! Was? Golden Trees! Mäh! Mäh! Haben wir auch noch gleich nebenan! Ja! Ach ja! Wenn man schlau ist, das würde dann viel, viel besser laufen! Aber, naja! So sind wir halt nun mal! So, zack! Hier ist das Geschenk! Kleines, wunderschönes Geschöpf! Zeig dich, zeig dich! Hä? Warst du gerade da gewesen? Ja, ich hab... Ich hab sie doppelt drin! Doppelt? Ja! Die braucht aber... Oh, deine Flügel sehen echt schön aus! Ja, ne? Ich muss meine Maske absetzen, weil nicht, dass jetzt der kleine Geschöpf hier Angst kriegt! Tsch! 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 Also, dazu muss man echt sagen, dass es ehrlich... Ach, hier ein Paarung oder so. Da unten ist ein Herz unten links. Ich sehe nichts. Ach, stimmt. Ach, oder wir kriegen so einen kleinen Buff. Aber das ist ehrlich, das ist das süßeste, kleine, kleinste... Ist das ein Dino? Gab es den früher? Das ist kein Dino, ein Seugetier. Auf jeden Fall, das ist das süßeste, was ich je gesehen habe. Wie süß du doch, Will. Das ist richtig süß. Ach, was ich gerade sehe, wo habe ich meinen Ice Monkey gelassen? Stimmt. Egal. Also, Leute, ähm, ja. Das war es auch schon wieder von der weiteren Folge Ark. Ich hoffe, sie hat euch natürlich gefallen. Und die Jerboa-Mutter. Ach, ich weiß nicht, was ich zu diesem schönen Geschöpf noch sagen kann. Also, so süß gibt's nicht. So, natürlich, äh, ja, mal sehen, was wir für eine große Wifern-Familie wir kriegen. Bei denen da, denen, denen, die können auch natürlich Zwillinge sein. Ich weiß ja nicht, wie die Farben am Ende aussehen können. Gucken, was auf dem hier wird. Weil ich glaube, der soll auch so aussehen wie der, hat die Gary gesagt. Gary, der ist schon fast erwachsen hier. Wer denn? Der Mr. Green. Sag ich doch. Aber er heißt der andere Mr. Green. Was denn? Ach, wie süß. Hui. So. Ja, Leute. Auf jeden Fall war es das hier von der weiteren Folge Ark. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.